KI, Befürchtungen und Gefahr. Bro, wir werden uns noch umgucken, was das alles auslöst. Nämlich, dass KIs Menschen töten. Es ist tatsächlich schon passiert. Was? Die Drohne wird dann komplett vom Benutzer abgekoppelt und die künstliche Intelligenz, die entscheidet, was die Drohne macht. Programmierer der künstlichen Intelligenz, die sagen, dass man bei der heutigen Entwicklung gelegentlich schon gar nicht mehr weiß, was diese künstliche Intelligenz da gerade macht. Ich schwöre es dir, das habe ich auch schon gehört. Mit einem Mal fingen die KIs dann plötzlich an, eine Geheimsprache zu entwickeln, die von Menschen nicht mehr gelesen oder in irgendeiner Weise verstanden werden konnte. Ja, what the fuck, Bro. Und es ist so gut wie gar nicht mehr erkennbar, dass dies kein echtes Bild ist, sondern ein Bild, das durch eine KI generiert wurde. Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Mittlerweile ist hier in Mexiko gerade dunkel und es regnet draußen. Grey, alles grey. So, wir sind aber immer noch live. Wir sind da, werden uns jetzt ein letztes Video für heute reinziehen, welches heißt KI, Befürchtungen und Gefahr. Hashtag 1. Oh shit. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was hier passiert. Lasst dem Video jetzt gerne schon mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr mich unterstützen wollt. Da wäre ich euch auf jeden Fall dankbar und verbunden. Schreibt ein Kommentarchen, supportet den Kanal weiterhin. Danke für die Liebe bis hierhin auf jeden Fall. Liebe geht natürlich auch raus vom ganzen Chat, Wie ihr seht, da, da sind viele Herzen am Start. Also kommt gerne auch mal auf Twitch vorbei. Und jetzt gehen wir rein ins Video. Let's go. Und los. Hallo, willkommen auf dem Kanal des ultraheißen, hervorragend aussehenden Mythen Metzger. Mädels, ich sage euch, wer ihn einmal sieht, kann ihn nicht vergessen. Er ist so hot. Leider. Die redet über mich, oder? Hey, Digga, ich sage dir ehrlich, diese ganze KI-Sache, ne, die wird sich noch, wir werden uns noch umgucken, was das alles auslöst. Sage ich dir ganz genau so, wie es ist, weil es wird immer auch immer mehr Videos geben mit gefakter Stimme, gefakten Sprachen. Es werden Videos rauskommen, wo Leute sitzen oder stehen und irgendwas sagen, Digga. Und du weißt nicht, ob das wirklich von demjenigen ist oder nicht oder ob das KI ist oder nicht. Das wird so extrem werden, dass du dann irgendwann nicht mehr unterscheiden kannst zwischen KI-Video oder normalem Video. Und das alleine ist schon so eine beängstliche Sache. Aber egal, Macht der Masse ist da mit einem Abo. Ich küsse dein Herz, mein Jutscher. Danke für deinen Support. Love, force of the realness. Wir sind da. Gang. Nicht eine künstliche Intelligenz und Mythen-Metzger träumt gerade zu meiner Beschreibung über ihn zu passen. Lassen wir ihn einfach in dem Glauben. Mythen-Metzger ist, glaube ich, eins der ersten Videos von dem, oder? Haben wir schon mal was von dem reingezogen? Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythen-Gemeinde, in meinem letzten Video, da habe ich einen kurzen Beitrag gehabt. Da hat jemand, der ein Unternehmen führt, und zwar ein führendes Unternehmen in der Entwicklung der KIs, davor gewarnt, dass die uns bald im Griff haben könnten. Und da ist er ja bei weitem nicht der Einzige. Bro, da gibt es schon Filme seit Jahrzehnten drüber, dass sie uns in den Griff bekommen, wenn die irgendwann mal an den Start kommen. Fast alle Menschen, die in einer führenden Position sind, in Unternehmen, die KIs entwickeln, die warnen der Zeit davor, dass wir diese Entwicklung irgendwann nicht mehr steuern können. Und immer wieder hört man, dass die allermeisten, also wir, ja gar nicht wissen, was da alles in der Entwicklung ist. Und dann habe ich in diesem Video gesagt, wenn ihr möchtet, kann ich ja mal etwas über KIs machen. Dann habe ich damit gerechnet, dass ein oder zwei Leute sagen, ja, bei Gelegenheit mal. Allerdings, was dann an Resonanz kam, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich schätze mal grob jetzt, dass 90% der Kommentare den Beisatz hatten, klar, mach bitte ein KI-Video. Ja. Alright, Bro, bist du mies in die Recherche reingegangen, oder was? Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Wie ein Flitzebogen. Aber was ich auch schon sagen wollte, was ich noch sagen wollte ist, ich habe mir letztens auch so ein paar Jungs reingezogen, die ich kenne. Vielleicht kennt ihr die auch auf TikTok-Finanz irgendwas. Das ist ein schwarzer Bruder und ein, glaube ich, mit türkischen Wurzeln. Und dann hat der, die haben TikTok gemacht, so über KI, dies, das. Und dass du jetzt schon, wenn du dich nicht mit den Themen beschäftigst, einfach weit hinten dran bist. Weil heutzutage jetzt schon sehr viele Menschen damit arbeiten, so weißt du. Das ist jetzt schon ein Tool, was du nutzen kannst, um dich auch interessanter auf dem Arbeitsmarkt zu machen, etc. Und so. Bro, das wird immer heftiger werden. Es gibt schon YouTuber, die sich ihre Skripte schreiben lassen mit KI, übersetzen lassen mit KI. Du kannst deine Stimme jetzt schon übersetzen lassen in eine andere Sprache. Deine eigene Stimme mit KI. Diese ganzen Geschichten passieren gerade so, weißt du. Und das ist halt auch so das Krasse. Wenn du nicht mitgehst, dann wirst du gehen mit der Zeit. Und das ist halt eine Sache, also ich persönlich weiß noch nicht genau, wie ich mit dem ganzen Thema umgehen soll. Aktuell nutze ich noch nichts von diesen KI-Geschichten. Und ich glaube, ich werde das auch in Zukunft nicht. Weiß ich nicht. Aber man weiß nie so. Es gibt halt Tools, die können einem halt auch extrem helfen, so weißt du, wie ich meine. Aber inwiefern unterstützt du dann diese ganze Entwicklung damit? Ja, ich... Heftige Zeiten, in denen wir uns befinden. Ihr wisst, eure Wünsche sind mir Befehl. Habe ich dann jetzt auch gleich mal eines gemacht. Er wollte da Marsch vorbeigehen sagen, na man. Ich würde zwei machen müssen, denn ich muss das etwas unterteilen. Und ich werde in diesem Video damit anfangen, dass ich KIs vorstelle, die eigentlich ganz nützlich sind, mit denen ihr verschiedene Dinge machen könnt, die aber trotzdem eine große Gefahr in sich bergen. So. Und ich werde jetzt dieses Video erst einmal mit dem Worst Case beginnen, was passieren kann. Nämlich, dass KIs Menschen töten. Und ihr glaubt es oder glaubt es nicht, es ist tatsächlich schon passiert. Was? KI ist... Ach so, die Drohnen und so, ne? Ne? KI-gesteuerte Drohnen und so wahrscheinlich, wa? Okay, miese Recherche, ich hab Bock. Ja, KI, meine Lieben, oder AI, wie es im Englischen genannt wird. Wir bleiben mal bei KI für künstliche Intelligenz. Für die einen ist das eine super Entwicklung, die vieles erleichtern wird. Für die anderen ist das ein Schreckgespenst. Und das, aus... Für manche ist es beides, Digga. Die Welt ist halt nicht schwarz und weiß, sondern gibt's auch Grautöne, weißt du, wie ich meine? ...verschiedene Gründen. Zum einen befürchtet man, dass die KI sehr viele Arbeitsplätze kosten könnte. Das ist safe. Und zum anderen sehen da einige sozusagen den... Also das ist auch keine Frage, das ist safe für mich. ...gang des Abendlandes. Nämlich in der Form, dass diese KIs irgendwann einmal so mächtig sein können, dass sie sozusagen das Zepter in die Hand nehmen und uns beherrschen werden. In einigen Kommentaren unter dem letzten Video da stand, dass wir so weit ja noch lange nicht sind und eine KI nie selbstständig entscheiden kann beziehungsweise sich selber fortbilden kann und nur das kann, was man ihr vorgibt und so weiter. Das ist so der Stand der Dinge, ich sag mal, wie er zum Teil noch ist, aber zum Teil auch nur war. ChatGBT lernt doch von Eingaben und so, da hat ein Mensch gar nichts mehr, doch, ja okay, du gibst das ein und so, aber es lernt schon selber. Also es erweitert sein Wissen und Wortschatz und diese ganzen Geschichten durch Eingabe und ja, also dass die sich weiterentwickeln können und dass die sich irgendwann auch selbst entwickeln können, davon bin ich überzeugt. Sonst hat KI auch keinen richtigen Mehrwert, oder? Das ist ja die nächste Stufe gewesen. dass sowas wie ChatGBT gekommen ist und sich quasi Dinge auch selber beibringen kann und so und intelligenter werden kann, weißt du? Das ist doch, was die Leute wollen, oder nicht? Wenn eine KI entscheiden kann, ob sie jemand tötet oder nicht und dabei den Programmierer beziehungsweise den, der sich steuert, einfach ausknipst, das ist tatsächlich schon passiert. Haben die wenigsten mitbekommen, aber das war 2020 in Libyen. Und das hatte mit dieser Drohne hier zu tun. Das ist die Cargo 2, eine Entwicklung eines türkischen Unternehmens. Die Drohne hat einen Modus, den nennt man den hocheffizienten Modus und der basiert auf einer künstlichen Intelligenz. Die Drohne wird dann komplett vom Benutzer abgekoppelt und die künstliche Intelligenz, die entscheidet, was die Drohne macht. Ja, und das hat die Drohne dann gemacht. Die hat dann ohne Aufforderung oder Befehl, wie es normalerweise üblich ist, der vorgegeben werden muss, entschieden, dass da unten ein Feind ist und hat dann wohl dort einen Soldaten getötet. Echt? Ist das safe? War aufgrund dessen, was die künstliche Intelligenz für richtig hielt. Und das hat nichts mit automatischer Ziel- oder Freund- oder Feinderkennung zu tun. Hier hat die Drohne UN-Bericht. Erstmals autonomer Drohnenangriff auf Mensch. Laut einem UN-Expertengremium soll ein KG-2 Quadcopter des türkischen Rüstungskonzerns STM in Libyen einen flüchtenden Soldaten angegriffen haben, ohne menschlichen Befehl. Oh shit. Oh shit. Anweisung aus eigener Überlegung sozusagen. Bruder, wenn das stimmt, dann ist das crazy. Entschieden, das ist ein Feind, den greife ich an. Und das haben dann auch die Vereinten Nationen so zum Ausdruck gebracht, die sich damit befasst haben mit diesem Fall und haben gesagt, das war der erste Angriff einer künstlichen Intelligenz auf Menschen. So, aber jetzt passt mal auf. Da waren natürlich alle ganz fürchterlich entsetzt. Eine künstliche Intelligenz, die selber entscheidet, wen sie umbringt und wen nicht und das dann völlig autonom, ohne jede Rückfrage, ohne jeden Befehl ausführt. Und das Ergebnis dieser ganzen Aufregung war, soll ein Cargo angegriffen haben. Scheint wohl ein Zeitungsartikel zu sein, Bruder. Wir nehmen hier eh nichts für bare Münze, Bruder, wir ziehen uns das trotzdem rein und ich hab ja auch schon gesagt, wenn das so wäre, wäre es krass. Dass 20 Nationen bei diesem türkischen Unternehmen diese Drohnen bestellt haben. Und was man nun mittlerweile weiß, am Anfang war das Ganze noch nicht so klar, ist die Tatsache, dass dieser Soldat, der da von der Drohne angegriffen wurde, auf der Flucht war. Crazy, da könnte man noch mal gucken, ob es da noch ein paar Berichte zu gibt. Aber dass das auf jeden Fall möglich sein wird, ist ja uns allen glaube ich klar, oder? Also, wenn du Drohnen so steuern kannst und wenn KI am Start ist, dann wird das definitiv auch möglich sein, dass eine KI, eine Drohne von alleine irgendwie quasi, ich weiß wie ich meine, dass die KI die Drohne fliegt so. Das wird definitiv in Zukunft so möglich sein. Es gibt verschiedene Berichte von Programmierern der künstlichen Intelligenz, die sagen, dass man bei der heutigen Entwicklung gelegentlich schon gar nicht mehr weiß, was diese künstliche Intelligenz da gerade macht. Ich schwöre es dir, das habe ich auch schon gehört. Die Aussage dieser Menschen ist, dass es vollkommen illusorisch und naiv ist, heute noch zu glauben, dass eine KI sich nicht selber weiterentwickeln kann. Das ist unsere Dummheit, die das macht. Sage ich dir ganz genau so, wie es ist, Alter. Ich schwöre es dir, weil, Bro, die können dir Codes schreiben, die können dir Programme schreiben, die können dir Skripte schreiben, die können dir Fragen beantworten, jeglicher Art. Die sind in so vielen Hinsichten schon eigentlich intelligenter als wir. So, deswegen können wir die Frage gar nicht beantworten, ob die sich auch, weißt wie ich meine, also ich bin überzeugt davon, dass der Punkt definitiv kommen kann, wo dieses Ding einfach intelligenter ist als wir sich selber neue Dinge beibringt und vielleicht den Laden auch irgendwann übernimmt, so. Also das, weiß ich nicht, ist für mich jetzt nicht so weit hergeholt, Freunde, sage ich euch ehrlich. Und, wenn man mal zurückblickt, ist das Ganze ja schon passiert. Das war im Jahre 2017. Facebook, beziehungsweise Herr Zuckerberg, der hat da an der Entwicklung einer KI arbeiten lassen. Ja, und als das so weit war, hat man dann diese KI, ich formuliere das jetzt mal ganz locker auf, zwei Rechner installiert und dann fing die KI an, sich zu unterhalten, also die beiden KIs. Und diese Unterhaltung, die wurde immer schneller und schneller und schneller und mit einem Mal fingen die KIs dann plötzlich an, eine Geheimsprache zu entwickeln, die von Menschen nicht mehr gelesen oder in irgendeiner Weise verstanden werden konnte. Digga, what the fuck, Bro. Das haben die sich selber in wenigen Minuten beigebracht. Facebook musste AI abschalten, die Geheimsprache entwickelt hat, Bro. Darüber waren die Entwickler dann so erschrocken, dass die einfach den Stecker gezogen haben, weil... Boah, ich bin so froh, dass ich hier bin, Alter, ich schwöre es dir, weil ich glaube, hier, keine Ahnung, obwohl, Alter, wir sind ganz nah in Amerika dran. Ach, Digga, ich glaube, man kann sich davor gar nicht schützen. Is what it is, man einfach zukommen, auf sich zukommen lassen, alles passiert aus einem Grund, schön spirituell bleiben, zu Gott beten, das Beste für jeden wünschen und keine Ahnung, Alter, das Beste hoffen, schön positiv bleiben, alles wird schon gut irgendwie. nicht mehr wussten, was die KI da gerade macht. Und niemand hat dieser KI vorher in irgendeiner Weise gesagt oder es programmiert, dass sie eine Geheimsprache entwickeln soll. Und trotzdem hat diese KI es gemacht, denn offensichtlich war sie... Er gibt das nicht ganz korrekt wieder, dann gib mal korrekt wieder, mein Jutscher. ...dass dieses Englisch, worum es ja dann da ging, ineffizient wäre für sie selbst. Also diese KI hat sich dahingehend selber weiterentwickelt. Und auch wenn das Ganze hier mit so einem kleinen süßen Roboter dargestellt wird, dann mag man ja mal überlegen, was passiert, wenn man solche KIs ans Internet anschließt. Aber kommen wir einmal zu etwas, was ich auch in den Kommentaren immer wieder gelesen habe, nämlich Boston Dynamics. Digga, das ist schon krass. ...öffentlich ja Videos seiner entwickelten Roboter, die ja unglaubliche Dinge können. Das sind ja Artisten, die sind Kriegsroboter und irgendwann werden die uns auf der Straße entgegenkommen und uns alle umlegen, wenn wir nur eine falsche Bewegung machen. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Boston Dynamics verarscht uns alle. Boston Dynamics, die sind in der Tat bei der Roboterentwicklung weit, weit vorne. Aber nahezu 100% von dem, was ihr in den Videos seht, das ist Fake. Richtig Furore hat ja in den sozialen Medien dieses Video von Boston Dynamics gemacht, das ihren Kampfroboter zeigt. Was, was ich war? What the fuck, bro? Ah, ich glaube, ich habe ein Video von denen auch gesehen. Aber nicht Kampfroboter, sondern so ein Arbeitsroboter. Ja, beeindruckend, würde ich sagen. Und der kann noch viel, viel mehr. Aber das ist auch mit KI gemacht, oder was? Das Video ist mit KI gemacht, wahrscheinlich, oder? Es da nicht so einen ganz kleinen Umstand gäbe, der leider Realität ist. Oder Stanley Kubrick. Was uns Boston Dynamics hier zeigt, das sind leider mittels KI erstellte Fakes. So. Bro, die, die, Bro. Mittels KI erstellte Fakes zeigen eine KI. Das ist mein Fuck, sein Vater, Bro. Sieht rechts unten die Person, die das Ganze wirklich gemacht hat. Oder links oben die mit KI bearbeitete Version, die im Internet veröffentlicht wurde. Und das machen die mit nahezu allen Filmen, die sie zeigen. Aber wie gesagt, Boston Dynamics ist wirklich ganz weit vorne, was die Entwicklung von Roboter. Krass. Die haben Roboter, die können laufen, springen, Saltos schlagen. Das alles können sie. Aber, dass es autonome Kampfroboter sind, soweit sind wir da wirklich noch nicht. Noch. Betonung ist noch, glaube ich. Und was dieses ganze Thema KI angeht, das, was ich bis jetzt gezeigt habe, das ist schon ein bisschen erschreckend. Aber, das ist eine Frage der Zeit, bis solche Kampfroboter auch am Start sind. Noch sind wir nicht so weit, dass uns da irgendwas aktuell drohen würde. Hört auf meine Worte, so dass es in den Kommentaren nicht wieder falsch dargestellt wird. Ich sagte aktuell. Wie die weitere Entwicklung aussehen wird, das kann man aber anhand dieser Dinge schon ablesen. Es wird eines Tages soweit sein, dass es Roboter gibt, die im Kampfeinsatz sind. Es wird eines Tages so sein, dass vielleicht Roboter zusammen mit Polizeistreifen unterwegs sind. Man weiß es nicht, aber alles deutet darauf hin. Doch, ich habe auch schon gesehen, so Gebäude, Wachschutz und solche Geschichten, solche Roboterhunde und so ein Scheiß. Da rede ich jetzt nicht von diesen kleinen, wie Hündchen aussehenden, vierbeinigen Robotern, die so das ist diese Gebäudewachgeschichte, die ich gerade gesagt habe, jetzt teilweise schon mit unterwegs sind, die dazu genutzt werden, Häuser zu erkunden, worin sich dann unter Umständen irgendwelche Straftäter versteckt haben, sondern ich rede von wirklichen Robotern, so wie Boston Dynamics sie in diesen Videos zeigt. Das iPhone 25 wird das iPhone 26 selbst bauen. Ich lache jetzt, aber ja. Aber das ist im Moment eben noch reine Spekulation und Zukunftsmusik. So realistisch muss man sein. Wohin das Ganze führen soll und was da alles so in Entwicklung ist, dazu komme ich dann im nächsten Video. Jetzt machen wir erst einmal weiter mit ein paar Dingen, die ich am Anfang angekündigt habe. Ein paar KIs, die ihr selber nutzen könnt, die nützlich erscheinen, es eigentlich auch sind. aber die dann trotzdem Gefahren in sich bergen. Hau mal raus, Junge. Ich bin gespannt. Das Internet, das wimmelt seit... Gutes Video, Digga. Feier ich. Was sagt ihr? ...von ganz tollen Bildern. Sowas, was ihr zum Beispiel hier bei mir seht. Diese Bilder, die sind mit KIs erstellt. Und anhand eines Beispiels möchte ich euch jetzt einmal zeigen, wie so etwas funktioniert. Aber das, was ich euch jetzt zeige, das ist wirklich eine ganz einfache KI. Die ist komplett frei. Ihr braucht euch dort auch nicht registrieren. Jeder kann sie nutzen. Und um so ein bisschen herum zu spielen, macht das Ganze wirklich Spaß. Fache KI. Die ist komplett frei. Ihr braucht euch dort auch nicht registrieren. Jeder kann sie nutzen. Und um so ein bisschen herum zu spielen, macht das Ganze wirklich Spaß. Und zum Beispiel für mich ist so etwas sehr viel wert, denn es gibt nicht für alles lizenzfreie Bilder, die dann zum Thema passen. Und dann kann man die sich hier sozusagen selber erstellen. Das hier ist die Website Dream.ai Ich setze euch den Link noch in die Videobeschreibung. Das ist so eine High-Quality Artworks, Bro. Das ist crazy, man. Ich habe auch ein Video gesehen, wo einer gesagt hat, bald gibt es keine Kunst mehr von Nicht-KI. ...die ihr kostenlos nutzen könnt, um dort Bilder zu erstellen. Um Bilder zu erstellen, dann müsst ihr sogenannte Prompts eingeben. Und das ist zunächst einmal nichts anderes, als dass ihr das Bild beschreibt, was am Ende herauskommen soll. Hier bei Dream.ai habt ihr auf der rechten Seite vier rosa Felder. Normalerweise Bro, hör auf, die Maus so zu bewegen, das macht mich hektisch gerade. Wenn ihr bezahlt, Bro, bleibt cool, ja. Dafür gibt es dann vier Ausgaben, vier Variationen des Bildes, das aufgrund eurer Beschreibung erstellt wird. In der Free-Version hier gibt es nur eines. Hier links unten, das könnt ihr auch noch weiter runter scrollen, da findet ihr Vorschläge. und zwar welcher Art das Bild sein soll, ob ihr eine realistische Fotografie wollt zum Beispiel oder mehr Comic-Style oder was auch immer. Ihr könnt das noch weiter runter scrollen, dann kommen dann noch mehr Vorschläge. Dort wo Premium steht, das ist dann nur, wenn ihr bezahlt. Alle anderen sind frei und das ist nicht wenig. Ja, wie gesagt, das ist eine ganz einfache KI, aber ich zeige euch jetzt mal, wie das so funktioniert. Ja, ich habe mir eben etwas über Wanderwege in Schweden angesehen und deshalb habe ich jetzt mal hier so einen Prompt eingegeben. Eine typisch schwedische Frau mit langblonden Haaren. Der beschreibt eine typisch schwedische Frau mit langen, blonden Haaren im Hintergrund ein verschneiter Wald. Das ist das, was ich eingegeben habe. Als Darstellung habe ich Realistic Volume 2 gewählt. Das ist da, wo das kleine Kätzchen zu sehen ist. Das habe ich angeklickt. Das bedeutet, dass man der KI sagt, macht er ein realistisches Bild und kein Comic oder sonst irgendetwas. Wenn man seinen Text eingegeben hat und ausgewählt hat, welche Art... Ja, so schnell geht das. Wenn einem das Bild nicht gefällt, hier nochmal die Vorschau, dann kann man da noch etwas anderes eingeben. Was weiß ich, eine schöne schwedische Frau. Und dann drückt man wieder unten auf den Create Button. Achtung, jetzt der Unterschied. Und dann wird ein neues Bild erstellt. Auch das gucken wir uns mal in... Achtung, jetzt bin ich gespannt. ...zeit an und schon fertig. Ja. Gucken wir uns mal in großer... Ha, Digga, krass. So sieht die Dame aus. Wie gesagt, das ist keine echte Person. Das ist eine Erfindung der... Schwedinnen sind hübsch. Safe. Wenn euch das... Bin jetzt nicht so auf den Blondie-Vibes unterwegs, wenn ich ehrlich sein darf, aber es gibt sehr schöne Frauen aus Schweden. Wenn man noch nicht gefällt, einfach nochmal unten den Create Button drücken und dann macht die KI ein neues Bild. Einer schreibt gerade uh, hübsch. Herzchen. Ab ins Real Life mit dir, mein Jutster, Digga. Lass dich nicht geil machen jetzt von irgendwelchen KI-Schwedinnen. Einer schönen, typisch schwedischen... Jungs, alle Leute, die gerade den Laden angeschmissen haben, jetzt hier, wo der Motor ein bisschen aktiver geworden ist, ihr habt ein Problem. Frau. Ich schwelze dir, raus ins echte Leben, Digga. Mach den Stream aus, Bro. Mit langen, blonden Haaren im Hintergrund ein Wald mit Schnee. Ja, das wäre dann diese Dame und natürlich ist auch die nicht echt. Aber liebe müden Mädchen, auch ihr habt natürlich die Möglichkeit, dort sowas einzugeben wie ein schöner, muskulöser Mann im Hintergrund ein Strand oder so etwas. Und dann guckt ihr mal, was dabei so rauskommt. Schöner, maskuliner Mann im Hintergrund Strand. Da kommt bestimmt ein Foto von mir, oder? Wie gesagt, das hier ist eine ganz, ganz einfache KI. Ja, aber es gibt KIs so wie Midjourney zum Beispiel. Da hat es dann schon die ersten Probleme gegeben. Und Midjourney hat da auch mal die Bremse gezogen. Ja, und da war der Hintergrund, dass es bei Midjourney wirklich möglich ist, mit jeder Menge Parameter ein Bild bis ins Kleinste vorzugeben und zu gestalten. Crazy Shit auf jeden Fall. Ja, und es gibt da echte Könner, die das machen. Und da sind dann Bilder aufgetaucht. Der hat Midjourney gesehen. Andrew Tate, lass die Hose zu lange, ich schwöre dir. Wir stellen jetzt hier. Ja, suche Hand aus der Hose. Die kostenlos. Bleib cool, Junge. Diese Version mal ein. Ja, und ihr könnt es ja hier oben lesen, Midjourney stoppt Gratistests nach Missbrauch des AI-Bildgenerators. What the fuck? Echt? Und der Grund dafür, das waren diese Art Bilder hier. Da seht ihr Donald Trump wie er von der New Yorker Polizei verhaftet wurde. Weißt du, was ich meine? Genau das habe ich eingangs im Video erwähnt. Und es ist so gut wie gar nicht mehr erkennbar, dass dies kein echtes Bild ist, sondern ein Bild, das durch eine KI generiert wurde. Es gibt da noch so ein KI-Bild, da wird gezeigt, wie er sich vorher mit dem Polizisten geprügelt hat. Krasse Scheiße, Bro. Anschließend wurde er verhaftet und abgeführt. Zusammen mit einer entsprechenden Nachricht hat sich dieses Bild dann auf ich weiß nicht wie viele Webseiten verbreitet. Webseiten, die natürlich dann so mehr oder minder dem Lager der zugeschrieben waren, die da sehr pro Donald Trump waren. Und das Ganze hätte extrem eskalieren können. Das ist krass. Ich sag dir ehrlich, auch diese Geschichte zum Beispiel, solche Sachen, ich will jetzt hier nicht sagen, ob das real ist oder nicht, aber solche Sachen wie zum Beispiel mit dem Dalai Lama abgehen und so. Ich sag dir, dieses KI-Thema und so, das wird irgendwann auch genutzt, um Menschen zu diffamieren, Dicker. Auch von Regierungen und so. Da werden dann Leute, die so unterwegs sind wie ich oder Tate oder Kanye oder Park oder DMX, werden dann Videos oder Bilder gemacht oder irgendwie Sprachmemos oder was auch immer, wo wir Dinge tun, die wir nie getan haben. Verstehst du, was ich meine? Das wird safe kommen. So, das ist schon beängstigend. Und daran seht ihr, welche Gefahr sich hinter diesen KIs dann doch verbirgt. Aber das ist eben nur ein Bild. Es wurden Bilder von einer ganzen Menge Promis erstellt, die bei Aktionen gezeigt wurden, die sie... Leon Lovelock mit KI Treppenhaus Video 2.0. Hätte ich nicht mal was dagegen so, weißt du, wie ich meine? Aber das wird eher so in die, wie gesagt, in die diffamierende Richtung reingehen. Was die ja mit allen machen, Vergewaltigungssachen und solchen Geschichten, weißt du, wie ich meine? Das Ganze birgt eine große Gefahr. Damit kann man uns doch total verwirren. Man kann uns komplett unseren Cock ficken damit. Hundertprozentig. Pop Smoke Remixes gibt es auch schon. Ja, hab ich auch gesehen. Songs auf KI. Drake Songs mit KI und so'n Scheiß. KI Anwalt. Naja, gibt's auch schon. Es gibt schon einen Fall, wo einer sich mit KI verteidigt hat, glaube ich, in Amerika. Denn das betrifft ja nicht nur derartige Bilder. Da geht's ja auch zum Beispiel um Berichte aus Kriegsgebieten oder sonst woher, Weißt du, was ich meine? die mit diesen Bildern dann sozusagen gefakt werden können. Und kaum jemand wird das Ganze noch erkennen können. Es kommen fast wöchentlich mittlerweile neue KIs ins Internet, die immer mehr, immer genauere Bilder oder andere Dinge erstellen können. Ich habe hier mal ein Foto von Stamata, so heißt diese Figur, die natürlich von einer Schauspielerin in der Serie Defines dargestellt wurde. Und Stamata, ihr wisst, ich sage da immer grrrr. Das ist ein ganz kleines Oh shit, cringy den Mann hat da. verpixeltes Bild mit einer sehr schlechten Qualität. Das habe ich mal bei einer KI eingegeben, die heißt D.I.D. Mythenmetzger ist ein deutscher YouTuber, der Videos über Mythen und Mysterien macht. Ja okay, man sieht es schon. Man sieht es noch. Es ist noch nicht, es ist noch nicht so weit, dass man wirklich das nicht erkennen darf, äh kann. Aber man wird es bald so hinbekommen, dass man es nicht mehr erkennen kann, ob das jemand wirklich sagt oder nicht. Ja. Ja, das Ganze ist aus einem Foto entstanden, das Bild, das ich euch eben gerade noch gezeigt habe. Man sieht natürlich jetzt noch, dass das nicht echt ist. So. Liegt zum einen an der schlechten Qualität, zum anderen aber auch daran, dass das Ganze noch in der Entwicklung ist. Aber in ein oder zwei Jahren, denke ich mir, wird man das nicht mehr so leicht erkennen können. Hundertprozentig, Bro. Genau das sind meine Gedanken dazu. Mythenmetzger ist ein deutscher YouTuber, der Videos über Mythen So, das sieht schon auf jeden Fall deutlich realer aus, Bro. Und Mysterien macht. Und das wirklich krasse bei diesen Dingen ist, dass man natürlich diese ganzen KIs in Kombination benutzen kann. Es gibt KIs, sogenannte Voice-to-Voice KIs oder Voice Changer. Da sprecht ihr irgendetwas ein oder schreibt es und das Ganze kommt dann zum Beispiel mit der Stimme von Obama, von Trump oder Ah jo, Digga. So. Du kannst auch deine eigene Sprache, deine eigene, dein eigenes Gesagtes einfach übersetzen lassen und dann in einer anderen Sprache ausdrücken lassen und so. Das ist krass. Von Schauspielern und Sängern wieder raus. Das in Kombination, das gibt es schon, aber man kann es derzeit noch erkennen. Gibt es auch diese Deepfake-Videos zum Beispiel von, von, von... Haben wir uns mal einmal zufällig im Stream reingezogen? Von Jordan Peterson zum Beispiel. Wo du echt denkst, der sagt den Scheiß gerade. Weißt du, wie ich meine? Ich schwöre es dir, das ist crazy. Er sagt, es kommen beinahe Wäschen. Da geht es ja auch nur darum, teilweise manchmal nur die, die, die... Du musst ja nur Akzente verändern. Weißt du, wenn einer eine Rede gehalten hat, dann machst du einfach zwei, drei Wörter so, dass die komplette Pointe einfach eine andere ist, Digga. Ich im Moment neue KIs ins Netz. Und meiner persönlichen Meinung nach wird das Ende dieses Jahres oder irgendwann im Laufe des nächsten Jahres so sein, dass man es nicht mehr erkennen kann. Wird noch dieses Jahr kommen, glaube ich. Denn die Dinger werden von Woche zu Woche besser. Und das ist eben die große Gefahr dieser Art KIs, die eigentlich Spaß machen sollten oder eben auch bei Beruf und Arbeit hilfreich sein sollten. Und ihr glaubt gar nicht, was es da alles so gibt. Das ist teilweise wirklich kaum fassbar. Es gibt KIs, da gibt ihr ein paar Parameter ein und die komponieren euch dann ein komplettes Lied. Und zwar in einer hervorragenden Qualität. Und wenn ihr keinen Sänger habt, dann legen die den auch noch dazu. Das Ganze dauert ungefähr zwei Minuten und ihr habt einen kompletten Song fertig. Ihr könnt sogar den Text für den Sänger eingeben, der den dann singt. Also die KI singt das dann in menschlicher Stimme nach der Melodie gerichtet, so wie ein richtiger Song halt echt. Deutschrapper freuen sich. Ich schwör's dir, Digga. Krass, Bro. Mit Melodien, mit alles, oder was? Das reizt natürlich, wenn du ein Typ bist, der nur Geld machen will. Scheiß drauf, ich lass mir meine Texte jetzt von KI schreiben. Da musst du wahrscheinlich nur ein Thema eingeben, ein paar Stichwörter und der ballert dir einen Rap-Text raus, wa? Es gibt KIs, die ersetzen komplett die Grafiker. Wenn ihr ein Unternehmen habt und ihr sagt, hier, das ist der Name des Unternehmens, dann gibt er den dort ein und dann fangen die an. Guck, TikTok von Kianush, der hat das getestet. Ohne Scheiß? Mustafa? Zehn Alben im Monat oder die Woche, Digga. KI vom Kiez, Digga. Kollege hat doch letztens GPT benutzt, um einen Rapper zu memen. Krasse Scheiße, ey. euch ein Firmensymbol zu entwerfen. Für Bushido kommt KI genau richtig, jetzt wo er niemanden mehr hat zum Schreiben. Der ist doch noch mit Animus Quo, oder? Die sind noch beide drüben. Inklusive Briefköpfe oder sonst irgendetwas. Digga, das Kianush Ding muss ich mir reinziehen, wo er das getestet hat. Alles dabei und das Ganze sieht auch noch richtig gut aus. Es wird immer wieder gesagt, um Arbeitsplätze braucht man da keine Angst haben. Das Ganze unterstützt einfach nur zum Beispiel den Grafiker bei... Nee, ist klar, Bro. KI wird bald ganz viele Arbeitsplätze ausradieren. Safe. Fix. Na, Arbeit. Aber ganz ehrlich, bei dem, was ich mir da alles angesehen habe, da unterstützt die KI nicht den Grafiker zum Beispiel, sondern die ersetzt ihn und zwar komplett. Ja, das war jetzt mal so ein kleiner Überblick über... Guter kleiner Überblick auf jeden Fall. ...die Sache mit der künstlichen Intelligenz. Im Prinzip kann ich da noch eine ganze Menge Folgen draus machen. Könnt ihr euch diese ganzen einzelnen KIs zeigen, aber es gibt genug andere Kanäle, die das machen. Einen Kanal, der heißt... Reicht, Bruder, reicht? ...order, den werde ich euch in die Videobeschreibung setzen, weil der ist immer auf dem neuesten Stand. Sobald etwas neu rauskommt, seht ihr das da im Video, was diese KI so kann. Ja, das... Cutter, Digga. Boah, kann KI auch cutten oder was? Bro, dann bin ich da. Bruder, als wenn die Videos schneiden können, Digga, dann... Boah, Scheiße. Oder kann ich mein ganzes Leben verändern? Es wird auf uns zukommen und wir können jetzt noch bestimmen, inwieweit es auf uns zukommt, die Gesetze dazu erlassen, aber ich denke einmal, bis die da in die Pötte gekommen sind und das gilt für jede Menge Nationen, das betrifft ja alle, da ist der Drops schon wieder gelutscht. und dann stehen wir da mit dem Ergebnis und was man da alles an Missbrauch betreiben kann, ich sag jetzt mal ganz locker flockig auch von staatlicher Seite her, mal ganz locker flockig von Seite rausgeknallt, natürlich, Bro. Auf kann man ja mal in einem anderen Video eingehen, wenn ihr noch einen... Nein, hat das schon gut gemacht, Digga. ...Teil haben wollt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video als Information gefallen hat, ich küsse dein Herz, hat mir sehr gefallen, deswegen kriegst du auch einen Daumen nach oben, mein Juts, da. Gutes Video, Stabilität in den, man, Alter. YouTube, schreibt eure Gedanken dazu bitte jetzt unten in die Kommentare rein, würde mich sehr, sehr interessieren. Und dann verabschiede ich mich von euch. Liebe geht raus, YouTube it out, man. Mua. Gang. Gang.